Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tag der Badwars-Woche, zusammen mit Smurf Smurf. Mit dem besten Mitspieler in der Badwars-Woche, du hast vollkommen recht, du hast mich total toll angekündigt. Moment, Moment mal, entschuldigen Sie. Bitte, was? Vom Beste war hier nicht die Rede. Was? Du bist, bist, Smurf? Was? Smurf! Was? Hi! Hi, ja, heiser! Ja, Leute, wie ich angekündigt habe, jetzt jeden Tag um 19 Uhr wird eine weitere neue schmachotastische Badwars-Map gezockt. Heute eine der neuen natürlich Shroom, die wir noch gar nicht gezockt haben. Ist es Tudel? Nee, ist wirklich Tudel. Aber es sieht so ein bisschen so aus. Ist Ninja-Tudel. Leute, die Map haben wir selber noch nicht gespielt, laufen jetzt hier erstmal komplett confused. Also hier ist zumindest schon mal das Bett. Hier ist nichts zu holen. Wo gibt's? Ach, hier vorne! Ach, so eine Map ist das. Ach, okay. Mit was? Aber ist hier Gold? Nee, das ist der Spawnpunkt. Hier kommt wahrscheinlich auch dann, ja, hier kommt wieder alles kompletto raus. Wahrscheinlich auch Gold. Oh Gott, das wird schrasig. Ja, das ist immer schwer. Das wird schrasig. Bin ich auch nicht so der größte Fan von diesen Spendern, weil dann wird man schnell sein, ne? Ja, da wird sich auch immer gut geprügelt rum. Nichtsdestotrotz. Oh, da kommt ein Gold raus. Biete, ich möchte auch ein Gott. Biete, biete, Miestesoldat. Ein Gold für mich. Okay, okay. Oh, du baust dich schon directly into so gut. Ja, ich hab nicht mehr viel mehr. Bett ist da drin, oder? Ja, genau. Bett, da gibt es sogar zwei Eingänge. Ah, das ist crazy, okay. Oh, ich schaff's, glaub ich, in die Mitte. Ich hab aber absolut nichts. Dann muss der Mur mit Ali der Deckwurst sehen. Ich komm, ich komm. Ich bin auch direkt hinter dir. Okay, nice. So, so. Ich glaub, das müsste sogar reichen. Reicht das? Ich hab noch 20 Blöde. Ja, da seh ich doch schon den Grund. Oh, Ease, Ease get rigged. Get rigged. Hopp. Moins, 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 Moins. Hast du viel Gold für mich, bitte? Ja, hier, bitte. Oh, danke. Oh, hätte ich fast runtergeworfen. Ja, da war... Erstmal. Tut mir leid, dann hätte ich dich aus meinem Clan, den P-Dizzles, lassen. Was? Du hast einen Clan? Ich hab keinen Clan. Ich werde immer nur in irgendwelche Clans eingeladen. Oh, unser Bro hat sich auf jeden Fall schon erklärt. Der hat ein lustiges Gesicht. Du hast doch schon alles. Wieso braucht der denn mehr? Oh nein, ich hab ihn wie auf die Insel gehauen. Auf so einen Dummkopf bin ich. Du bist runtergefallen, ne? Nee, ich wollte den kicken. Oh, warte. War nicht so funktionierend. Oh, 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 oh. Na, na, der läuft. Der ist schon direkt wieder. Oh. Ey, unser Mate ist richtig gut. Der baut schon ein. Läuft bei ihm. Echt? Ah, deshalb hat er sich noch Cola-Killer. Cola-Killer auf lauf. Nee, noch nicht. Ich kümmer mich auch mal ein bisschen um die Basis. Cola-Killer, ich möchte doch auch was. Cola-Killer. Ja, Cola-Killer ist echt cool. So, zack. Weil der hat mir gerade ein Eisen gegeben. Oh, warte, das Eisen bräuchte ich auch noch Cola-Killer, bitte. Jawohl, okay, jetzt kann ich equipen. Was ist denn los? Meine Sachen sind gerade verschwunden. Alles gut. Irgendwie habe ich momentan ein bisschen Problems. Keine Ahnung, hatte ich auch schon die letzten Tage immer mal wieder. Mit was? Manchmal lag das so ganz komisch bei mir. So gerade eben sind meine Sachen beim Einkaufen einfach verschwunden. Meine Bronze. Ist das nicht so gut? Ja, das passiert mir häufiger. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, Fische. Bisschen Bronz. Fische? Fische sind da los. Frische, frische, Fische. Fische, frische, frische. Ich konnte mal 10 Zahn mit Ziegen zogen, 10 Zentner zocker zum Zoo. 10 Zahn mit Ziegen zogen, 10 Zentner zocker zum Zoo. Wuhu, das ist das Einzige, was ich kann. Du riechern, Ninja. Juhu. 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 Oh Gott, ey. Ich kriege hier kaum Sachen, weil der eine sich da zwar alles snaeselt, aber ich brauche einfach noch mal ein bisschen mehr. Ja. Bisschen Cola Killer. Ich mag dich. Ah, da ist aber auch noch was in der Kiste, ne? Ach, echt? Ja. Alter. Maschine. Der ist wirklich cool. So, zack. Sagen wir jetzt. Wir dürfen den nicht so anpreisen. Nachher hört er das und lässt nach. Ja, aber das ist... Und gut er sich auf seinem Erfolg aus. Okay, okay, so, jetzt können wir endlich mal in die Offensive gehen. Ich packe das mal auf die 2. Ich hoffe, es hat noch niemand einen Bogen. Falls ja, habe ich einen Bogen. Warte mal, ich lasse dich einfach mal den Blauen durchlaufen, weil der will ja zu den Gegner. Zack, 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 zack. Oh Mist. Der eine von Team Blau hat einen Bogen. Mal nicht, dass der eine... Ah, der Blaue kommt wieder zurück. Oh, ich habe ihn nicht mal richtig getroffen. Okay, jetzt ist er aber tot. Das ist natürlich blöd, wenn alle schon einen Bogen haben. Einmal so. Ja, naja, ja, müssen wir taktisch hart angehen jetzt. Können wir uns ja über die Seite bauen oder so zum Beispiel. Oder die Mitte halten, ja. Also ich hätte jetzt hier auch gleich ein kleines... Oh, warte mal, ich werde auf jeden Fall beschossen. Ah, die haben alle einen Bogen. Die haben alle einen Bogen, ja. Warte mal, okay. Eins, zwei, und jetzt. Oh, oh, der fällt... Oh Gott, wie hat der denn gelaggt? Ich habe gerade gesehen, ne? Der da links irgendwie. Ja, ja, dieser Panda. Ja, genau. Ich habe neun Gold. Oh, ach, cooler Killer ist das. Hi. Ich brauche uns mal ein bisschen safe hier. Okay, ich verstecke mal das Gold hier so hinter. Zeig. Ich muss mal so ein bisschen in die Offensive. Vielleicht soll ich... Warte mal, der eine darf ihn auf jeden Fall nicht retten. Die grünen. Warte mal, der eine grüne kauft gerade ein. Vielleicht schaffe ich das schnell genug da hin. Dann machen wir so ein Double... Oh, komm schon. Double, Double Kill. Noch trifft er mich nicht. Okay, jetzt trifft er mich. Make it, Dizzle, make it. Ja, ich habe es nicht gemaked. Ich muss mich jetzt hier aber von beiden Seiten ein bisschen einbauen. Ja, ich habe unseren Weg auf jeden Fall schon mal gesaved. Also wir können jetzt gleich unbeschwert in die Mitte wenigstens hoppeln. Oh Gott! Ich habe es fast... Ja, der hat mich richtig krass weggeholt. Ich glaube, der hatte auch sogar schon ein Goldschwert. Ach, der ist auch nur noch alleine. Oh Gott, Hilfe! Deswegen hat er so einen Krankenstüssel. Ich habe mich schon gewundert. Woher hat der denn das Goldschwert? Warte mal. Äh, das Eisenschwert. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz nochmal das... Oh, oh, Smurf, Alter. Ja, guckchen mal. Papi, kümmere sich. Ist das Cola-Killer da vorne? Das weiß ich nicht. Alter! Räumt der auf? Der räumt. Mega auf, stimmt. Der ist bei Rot, ne? Ja! Oder am Rot. Und dann ab zu Rot. Der läuft, Alter. Der hat richtig... Der ist komplett... Das ist doch... Alter! Der ist bei Rot in der Base, oder? Ja, ja, der wird das jetzt auch abbauen. Okay. Der hat sich nämlich hinter sich zugebaut. Nice. Und der gönnt sich. Ja, Viech im Team, Alter. Ja, ernsthaft. Am Anfang dachte ich so, ach, nee, nicht wieder so einer, weil das kennen wir. Das hatten wir ja schon richtig oft. Dass wir dann alles für sich snazeln. Aber der... Aber Maschine. Möchtest du auch ein bisschen Gold? Ja, alles gut. Cola-Killer hat das hier gerade geschnazelt. Cola-Killer? Der alte Schnee-Sie. Der alte Schnee-Sie. Bester Mann. Äh, 12 Gold, Alter, übertreib. Ja, ich hab hier sogar noch... Ich kann mir hier sogar noch richtig... Ja, läuft bei uns, Alter. Eigentlich können wir chillen, oder? Wir haben Cola-Killer. Ja, genau, Cola-Killer. Cola-Killer regelt. Genau. Zack, zack. Der ist da auch komplett alleine draufgegangen. Ja, ja. Komplettes Team sogar. Das ist ja krass. Das ist auch... Richtige Maschine. Nice one. So, schauen wir mal. Ich hab unsere Base zumindest jetzt erstmal so weit abgesichert, dass da... Nichts drüber kommt. Ich glaub, ich werd mich auch einfach... Ich glaub, ich geh AFK. Ich mein, wir... Was euch gefallen hat, Leute, ne? Leute, was euch gefallen hat? Abonniert Cola-Killer. Bester Mann EU. Bester Mann EU. Und er steht schon wieder in der Mitte. Ihn juckt gar nichts. Er ist einfach... Er macht das komplett alleine, ne? Wir sind recht überfällig. Ich geh jetzt auch zu den anderen da. Das ist noch... Cola-Killer... Au, au, alter. Der, Alde. Was ist denn das? Gelb? Blau. Blau ist noch ein Team, ne? Ja. Er arbeitet Papa sich jetzt mal vor. Zeig euch mal, was ich kann hier. Okay. Oh, ich hab den sogar einmal getroffen. Vorsicht. Genau. Zwischen Base. Zwischen Base. Oh, da hab ich einen getroffen. Zwischen Base. Okay. Obwohl, da kommt ja einer, ne? Mach ich. Einer runter. Oh, nice. Ich komm mal mit. Warte. Nächste Zwischen Base. Ich hab gelernt von dir. Okay, okay. Nice, nice. Gelernt vom Meister. Zwischen Base Meister. Du kannst einmal noch rüberschwimmen. Okay, ich sicher kurz hier den einen Weg für Cola-King. Oder durchbauen kannst du dich auch. Hier. Oh, hi. Hey. Warte. Okay, gut. Ich mach Opfer-Taktik, okay? Ja, warte, warte, warte. Okay, warte. Ich hab mich nicht mehr so viel geleben. Ich versuch dann, dir zu helfen, umzuschießen. Okay, okay, warte. Oh Gott. Oh, den krieg ich noch. Ne, den hab ich nicht mehr runter. Hä, warum ist denn der nicht gefallen? Ich bin zweimal von der Seite gehadet. Riech mies. Oh, den einen hab ich. War nicht so gut geopfert. Ich komm direkt wieder. Oh Mann, der eine kommt da. Ne, ne, ne. Mach das, wenn du wegkommst. Warte, warte. Ich komm, dann mach mal ein paar Mal Opfer-Taktik. Oh Mann, ey. Die spammen jetzt hier. Oh, oh. Jetzt hab ich bald ein Problem. Ja, ich seh's gerade. Der Cola-Killer halt auf jeden Fall gut die Mittel. Zack, 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 zack. Einladung zum Clan Edgars Kollegen. Okay, läuft. Edgars Kollegen. Habe ich gerade bekommen. Okay, und jetzt. Okay, nice one. Ja, boah, ich hab den einen auch noch getrunken. Nice, 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 nice. Da ist nochmal einer mit Bogen weg. Wenn jetzt Cola-Killer kommen würde. Ah, da ist aber noch einer mit dem Bogen. Ja, okay. Oh, der eine ist. Ja, der. Mist, Mist, Mist. Ich komm da auch nicht anders dran. Ne, warte, ich komm nochmal direkt. Ich komm nochmal direkt, ne. Ich geh den jetzt richtig auf den Sack. Okay. Ja, ich kann auch jetzt gerade hier nichts anderes machen, weil wenn ich gleich draufgehe, ich krieg da wahrscheinlich nichts. Was macht Cola-Killer eigentlich? Ich muss den einen mit dem Equip fertig machen. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Mist, boahle das da gar nicht mehr. Genau, wenn du einmal noch mitkommst... Oh, okay, du hast keine Quip. Okay. Okay, go, 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 go. Oh, das ist der mit den Bogen. Nice, 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 nice. Bisschen Shit. Oh, die sind alle down, die sind alle down, die sind alle down. Oh, warte, okay, ich hab kein Schwert, ne. Ja, warte, ich versuch mich da... Mann, ich muss die... Genau, einmal nur. Warte, 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 okay. Ja, warte, ich geh durch, geh durch, geh durch. Nice, 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 nice. Ich hätte die nur weg. Sauber, sauber, sauber. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Und der fliegt... Er kriegt richtig Respekt. Juhu, nice one. Okay, und jetzt ist nur noch der eine Typ alleine, ey. Die alte, die alte Furie. Der eine Greener. Pass auf, der könnte ich runterschießen, ne. Der ist hier fleißig am Schießen, und das ist hier in der Base, glaube ich. Okay, ich bin da. Hallo. Der tut mir echt so leid, weil er von seinem Team... Weißt du, nicht jeder kann einen Cola-Killer in seinem Team haben. Ja, ey, Cola hat der gerade einen Trank schon genommen? Ja, der hat sich wahrscheinlich... Alter. Maschine. Ja, der war die ganze Zeit in der Mitte. Während wir gearbeitet haben, ey. Der schießt da nicht. Okay, zwischen Base. Öh, Cola-Killer? Cola-Killer ist gestorben. Was? Ey, ist doch eine Maschine. Ich komme! Oh! Ich bin auf seiner... Nein! Oh Gott! Oh Mann, ey, da wollte ich mir zu viel. Muss ich ein bisschen aufkommen. So, wieder die alte Smurf-Taktik. Nur mit, nur mit, äh, Dings drauf. Okay, jetzt baut er sich selber gerade eine Base. Aber das ist gut. Um die Ecke. Oh, down! Nice. Okay, warte, ich versuch den... Nice. ...runter zu boxen. Jetzt gibt's ja... Oh! Ein bisschen Muhammad Ali, Alter. Oh, okay. Schellen-Austausch. Genau. Ich komme mir das gerade mal an hier. Oh, Ed. Okay, warte mal, ich mach mal kurz zu. Hex! Ja, genau. Hex, Paluten-Hex. Hex! Heke wieder. Oh, heke. Die ist ja richtig voll. Alles voller Kisten. Alles gut. Alles gut. Ich hab' ihn. Okay. Ich bin hier in meiner dunklen Höhle. Alles cool. Alles cool, yo. Alles toll. Hex! Ich hab' auch Hex jetzt, Mama! Wie voll das hier ist. Kann ich, kann hier nicht irgendwie... Ich kann das jetzt. Äh. Ich möchte doch nur... Oh, komm ich hier durch? Okay. Na, hier komm ich auch nicht. Hier ist echt alles voller Kisten. Was machst du denn? Hier ist einfach alles voll. Ich seh auch... Ich weiß leider bei der Matt noch nicht so genau, wo das Bett ist. Oh, ich seh es! Oh, ich... Jawohl! Ja! Da ist er! Ja! Oh, der ist mir runter! Hi! Hex! 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 Ach, hier war sogar ein Schwert drin in seiner Kiste. Hätte ich mir auch einfach mal nehmen können. Lappen. Oh! Gigi! Gigi! Hex! Hex! Ja, ach, was soll denn sowas? Mal gucken, wer ist da noch? Was? Ich kann nicht Lappen schreiben. Achso, der hat ja auch nicht Lappen geschrieben. Alles gut. Meine Damen und Herren, das war's mit einer weiteren Folge der Bad Wars Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut hundertprozentig. Macht euch mal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Erster Link. Und, wie gesagt, wie ich das in dem gestrigen Bad Wars Video angekündigt habe, die nächsten jetzt noch sechs Tage wird es jeden Tag Bad Wars geben mit einer der neuen Bad Wars Maps. Immer um 19 Uhr. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao!